Okay, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute. Heute soll es mal abgesehen Livestream gehen, was er am Wochenende gemacht hat. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, warum er den gemacht hat. Er hat einfach mal wieder Livestream. Das war glaube ich am Sonntag oder am Samstag 19 Uhr hat er gelistreamt Leute. Und zwar, jetzt sehen wir erstmal, ich will mal gucken, ob dieser Livestream wirklich so gut ist für den Server. Was er da jetzt genau gemacht hat und die negativen und positiven Aspekte. Erstmal Leute, das Negative fangen wir jetzt erstmal an. Jeder hat wirklich, fast jeder Glyphor Games Spieler hat dort Geld gespendet, mit der ersten eine Bewertung bekommen. Denn zweitens, irgendeines von diesen Items, was 1,5 Millionen wert ist pro Stück, weil die noch nicht so oft verteilt wurden Leute. Diese magischen Items, die darf man ja normalerweise nicht verkaufen, aber die werden halt natürlich weiterverkauft. Und jeder hat da rein donatet, jeder Clan hat da auch rein donatet, mit der mehr, entweder mit der größeren Match bekommt, sonstiges ETC Leute. Das finde ich persönlich ein bisschen Pay to Win, weil die Spenden sollten dafür da sein, dass es einfach, dass Leute freiwillig spenden und nicht, dass sie dadurch noch was bekommen. Das waren ja auch nicht gerade wenig Spenden, das sind locker 1.000, 2.000 Euro, die da in diesen 2 Stunden oder 1 Stunde über den Tisch gingen, Alter. Das war ja nicht mehr feierlich. Und zum einen, was man noch kritisieren muss Leute, der Server hat dabei wirklich sehr, sehr dolle geleckt. Die normalen Spieler konnten nicht mehr bauen, nicht mehr spielen. Aber natürlich die positiven Aspekte, fangen wir jetzt damit an Leute, sind, dass er zum einen wieder Geld verteilt hat. Er hat ungefähr an jeden Spieler maximal so 40k, er hat also ungefähr, also wenn du alles bekommen hast von jedem, ist hier die Bild, die er zusammengerechnet. Die meisten haben ja nur so 18k bekommen, aber manche haben auch insgesamt 40k bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Durchschnitt 3.000 Spieler auf Griefergames spielen, hat er wieder ungefähr 81 Millionen Griefergames Dollar in die Wirtschaft reingemacht, Leute. So, was ich allerdings auch noch kritisieren muss, ist, dass er keinen Wünscherfüll gemacht hat, obwohl es mit bei ihm im Titel steht. Ich habe den Aspekte nicht ganz verfolgt, aber für mich ist das nicht so was, als hätte der Wünscherfüll gemacht. Der hat die Anzeiten am Plot bewerten gemacht, irgendwelche Spenden vorlesen, neue Mitglieder, Leute. Und da waren auch teilweise Summen dabei, die da gespendet wurden von 100 Euro, wo ich mir so denke, Digga, kannst du das nicht sinnvoller investieren eigentlich? Naja, auf jeden Fall, Leute, war der Lifestyle im Großen und Ganzen eigentlich mehr negativ für den Server, weil die Leute, die schon reich sind, reingenettet haben und was bekommen haben. Und Leute, die wenig Geld haben, sich keinen Rang auf Griefergames leisten können, ja, die sind leer ausgegangen, bis auf das Geld, was sie gepaid bekommen haben, Leute. Und was ich noch kritisieren muss, ist, dass man sich mit Zweitaccounts, Leute, man kann sich ja mit Zweitaccounts hinstellen, wenn abgeilen Geld gibt. Stellt euch mal vor, du stellst dich da mit 10 Zweitaccounts hin, während der mal eben so 20k verteilt. Das sind 200.000 Dollar, Leute, die ihr einfach mal so bekommt, fürs nichts tun. Das ist übel, Digga, übel Spinner. Was ich auch schlimm fand, Leute, ist, ähm, gut, das mit den Altaccounts hält, wenn überhaupt nur funktioniert, auf den, äh, anderen Citibits, aber da jedes Citibit über 300 Spiele hatte und davon fast alle einen Rang hatten, Leute, fast jeder hatte wirklich einen Rang, ähm, können es eigentlich so gut wie kaum Altaccounts gewesen sein. Von dem her ist das eigentlich ein recht kleines Problem. Ich finde natürlich auch wieder gut, dass er wieder Geld in die Wirtschaft gespielt hat. Das ist ja jetzt wieder mit dem Bot auch, dass sich wieder mehr Leute was leisten können und so. Das finde ich wieder gut, Leute. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wird diese Leistung mehr negativ für den Server, als dass er dem jetzt geholfen hat, sag ich mal. Weil der Server hat gelegt, die Leute, die eh schon reich sind, haben mehr bekommen, weil die einfach rein benötet haben und dann hat jeder noch, haben noch ein paar Leute, die dieses magische Item da bekommen, also diese Bewertung. Und das, was auch wieder 1,5 Millionen wert ist, was eigentlich nicht verkauft werden darf. Gut, ich finde es auch nicht schlecht, dass man sowas nicht belohnt, Leute, aber sowas könnte man eher mit einem größeren Merch belohnen und nicht mit sowas. Das finde ich eher ein bisschen, ich sag mal, nicht gut. Gut, oder mit einem Admin-Rand, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Aber gut, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo lassen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.